Es gibt allerlei Parodien auf Meghan Trainers Hit-Single All About That Base, aber diese ist schon sehr ungewöhnlich. Praktikanten der US-Weltraumbehörde NASA präsentieren ihre ganz eigene Version unter dem Titel All About That Space mit entsprechend modifiziertem Songtext. Das Musikvideo ist ganz im Sinne der Werbeabteilung entstanden und soll auf die Arbeit der NASA aufmerksam machen. Denn bei der Weltraumbehörde kriselt es. Zurzeit arbeiten die Ingenieure am neuen Raumschiff Orion, das bald bis zu sechs Astronauten zum Mond schicken soll. Das tun sie mit hohem Erfolgsdruck im Nacken und reichlich Kritik wegen der hohen Kosten. Da schadet es nicht, sich mit einem coolen Musikvideo zumindest im Netz vorübergehend etwas beliebter zu machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017